Jo, innerhalb dieser Grenzen, dieser Flussgrenzen, ist das Gebiet, in der aus dem die allermeisten meiner Vorfahren kommen, schon seit Ewigkeiten, schon seit wenigstens 1000 Jahren oder 1500 Jahren. Ich bin auch von meinem Körper her, den ich auch von meinen Eltern her habe, durch die Zeugung, über deren Eltern, von deren Zeugung usw. zurück. Also meine Ahnenreihe ist wahrscheinlich noch so weit zurückreichend, dass ich sagen kann, ja, ich bin nicht nur Deutscher oder Teutscher, sondern ich komme sogar aus den Urwurzeln des Deutschen, also Germane. Hier wurden Dramas als Germanen bezeichnet, unser Eigenname, den wir hatten, das war ein germanischer Volksstamm, der in dieser Region siedelte, vermischt über die Jahrtausende, über die letztendlichste Jahrtausende, wenigstens mit anderen Volksgruppen, weil, es ist ja in der Nähe des Rheins, am Rhein war viel Leben, die letzten 2.000 bis 3.000 Jahre, besonders die letzten 2.000 Jahre. Mal versuchten die Araber Europas erobern, das war vor ca. 700, 800 Jahren. Mal gab es Einwanderer, Aussiedler, hin und her, fahren sie zurück. Also am Rhein, das natürliche Adel, sagt man auch, das ist ein alter Spruch, der vor 50 Jahren noch bekannt war, oder vor 80 Jahren, am Rhein, das natürliche Adel, wer da lebt oder geboren wurde. Also der saß eine Ahnenreihe, weiß, soll nichts anderes halten, der die Leute sich da besonders was einbilde, sondern das ist wie ein Bastard bei den Hunden, also wenn verschiedene Hunde rassig müssen, mischen, kann das für die nachkommen, dieser Mischlinge halt nur von Vorteil sein. Dann ist es besser, ein Bastard zu sein, also aus verschiedenen Volksgruppen zu verstehen, da ist man nämlich mehr Mensch, als diejenigen, die so, wie es um beiden Hunden zu bleiben, rein rassig sind. Ein rein rassiger Bulldogger hat seine Vorzüge, auch seine Nachteile, die man genau beschreiben kann. Dagegen so einen Straßenköder, den irgendwie kleinen Krieger oder Kapuze kriegen, der hat Überlebenstechnik getraut, schon allein von seinen Vorfahren her, die mit dazu beigetragen haben, dass dieser Köder dann entstanden ist, dieser Bastard, die sind unendlich nur gut bei uns. Menschen nennt man das nicht Straßenköder oder Bastard, sondern natürlicher Adel. Ja, Worte können viel in dem Bewusstsein des Menschen verändern, wie der eine Mensch den anderen einschätzt. Von da aus, wenn ich so wie ein Straßenköder behandelt werde oder wie ein Bastard behandelt werde, juckt mich das gar nicht. Ich weiß genau, wer meine Vorfahren waren, wer meine Vorfahren sind, wie die waren, das waren keine niederwertigen Menschen. Das war natürlicher Adel, meine Vorfahren und dementsprechend versuche ich nicht aufzufassen, wie es meinem Vorfahren gegenüber gerecht wäre, gerechtfertigt wäre. Versuche ich wenigstens, ob man das immer geringt. Ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn ich dann gestorben sein werde, den Geist, der vielleicht auch wieder einen Körper hat für meinen Vater, also mein Vater, meine Mutter, dessen Eltern, meine Großeltern dann irgendwann wieder umarmen kann in irgendeiner fernen Welt. Und noch mal kurz erwähnen, gell? Vielleicht geht's weiter.